Hallo du, hallo meine Süßen, hallo Annabelle und guten Morgen euch und vielen Dank fürs Einschalten, hey, so unsere Katze, jam jam jam, so, was wollen wir denn heute machen, Kopfkratz, innerliches Kopfkratz, Scraps erstmal füttern, das ist nur ein guter Plan, habt ihr gut entschieden Leute, so denn, ich weiß nicht, wir haben die Quest schon abgeschlossen, oh ja, kriegen wir auch noch das Fell, oh mein Gott, die Katze, immer wieder die Katze, die trägt sich so in den Vordergrund hier, Katze da, hier nimm meinen Fisch, oh, hätte ja klappen können Hi, magst du einen Fisch? Auch nicht so Nein, kein Platz Warum kommt der vor uns hier rein? Die Katze, ey, die Katze Guck mal, wie viel Kohle wir bekommen haben Ah, hab ich nicht gesehen Viel geschlagen Keine Zeit für solche Sachen, keine Zeit kann ich einfach nicht haben So, ähm, so So Sanwa, Wuwa, Erwa, Albert Okay Er ist noch nicht mal auf der Arbeit, was Was ist da los, Leute Heute ist vielleicht Ach ja, okay, heute gehen alle zur Küche Ich weiß nicht, wo die Blumenszenen sind Da Haben sie abgehalten Jetzt wird Satan sie verschlingen Ja, ich seh das so So Mars brauchen wir nicht mehr Lucy müssen wir noch anrempeln Eine scharfe Fischsuppe Ob sie die isst? Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht Ich dachte, sie hasst sie Oh, ich hab auch schon Hunger Ich mach mir gleich was zu essen Darling Hi, magst du Fischsuppe? Nicht so doll Okay Hey, ja Oh, die mag ich gar nicht Also nicht vom Mensch her, sondern Ihre Persönlichkeit passt gar nicht zu mir Oh, guck mal Der Obdachlose, der kann doch sowas bestimmt Das ist auch nicht so riesig Über das Zeug davon Ach ja Wir sollen unsere nächsten Ehren Bei Albert haben wir trotzdem nicht gefunden Oh Da möchte ich rüberhüpfen Und ihr Fischsuppe anbieten So Wir gehen heute mal Hier rein Und dann Den Fisch Den wir so mühsam Gefangen haben Legen wir dann in diesem Aquarium Und der wird dann alle anderen Auffressen Aber so ist das halt Oh, der war wirklich schwer zu fangen Dann haben wir noch die Blaumagrele Hier gefunden Fügen wir erstmal die Blaumagrele Wieso denn So, jetzt fehlt mir nur noch ein Und das ist dieser Feuerfisch Merlin ist auch noch nicht da Hey Ja Oh, vielleicht verkauft er ja gerade mal Nein Warum nicht, Todi Warum Hier Hey Ich mag dich nicht Meine Zeit Ist kostbarer Als so ein Blumenstrauß Ha So Jetzt gehen wir noch mal gucken Ob wir Kristalle ernten können Nö. Außer in dem Gespensterhaus. Aber uns fehlt ja eh nicht mehr viel und dann können wir die selber ernten. Ha. Ich bin ins Wasser gefallen. Ah. So. Übrigens, meine Hundehütte ist verschwunden. 20 Stunden, dann haben wir das auch. Also morgen können wir das machen. Und hey, wenn wir heute nichts zu tun haben. Wir hatten doch so eine Bullingbahn, die wir bauen konnten. Oh, lass uns die bauen. Hätte ich voll Lust zu. Gummifrucht. Aber fehlt uns noch eine. Da sind die Bumifrüchte. Dann haben wir das schon mal. Nein, lass mich nur Ruhe. Ich wollte nur... Pappelholz 2. Oh, was? Okay, lass uns erst mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Stahlplatten. Haben wir dann noch welche? Doch, da. Okay, die auch gleich. Pappelholz. 2 Stück. Können wir auch kurz sammeln, wenn wir das jetzt nicht finden. Ich glaube nämlich, es ist zu schwierig für mich, mich zu erinnern, wie die aussahen. Deswegen lass uns die einfach nochmal kurz besorgen. Leichter als sich zu erinnern. Puh. Warum sieht eigentlich heute die Wand so sehr... Hm. Nee, da. Weiß, das ist kein Pappelbaum. Da ist der Pappelbaum. Ich habe auch schon genügend. Wenn da kein Pappelholz dabei war. Da. Sag ja. Habe ich schon wieder vergessen, was ich da abgeholt habe? Ja, habe ich schon wieder vergessen. So. So, was kann ich damit jetzt machen? Und jetzt? Leute, aber wo ist zu? Nein. Nein. Ich will das nicht spielen. Ich will... vielleicht können wir das nicht einfach einem Kind schenken. Das wäre so geil, oder? Er so, was? Was schenkt sie mir da? So, ich so, ja. Wir versuchen das erstmal hier zu platzen. Das gehört nicht in einer Ausstellung. Wir schenken das sowas von einem Kind. Aber so ein Junge. Die guten Kinder. Sollen wir sehen, vielleicht sind sie ja in der Schule. Ha, die glauben nicht, was wir ihnen... Oh, schon zu. Müssen wir in anderen... Nein, wir haben ihnen schon was geschenkt. Nein! Haben wir ihnen schon was geschenkt? Ha. Können wir ihnen das nicht schenken? Wir können ihnen das nicht schenken. Oha. Guck mal. Eine Versammlung. Albert ist auch da. Hm. Ja, dann müssen wir die komische Bahn hier irgendwo aufstellen. Die wird bescheuert. Das sieht voll ästlich aus. Wie soll denn das? Naja, immerhin. Morgen früh können wir dann endlich die Sachen da weiterbauen. Nicht ganz so. Ja. So, und ich gehe dann heute schlafen. Warum konnten wir die Bowlingbahn kein Kind schenken? Hm. Wah. Ich wünsche euch dann noch eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Wah. Wah. Bis dann, meine Süßen. Vielen Dank, dass ihr es schon zuschaut. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü